Hallo Volleyballer und herzlich willkommen zu einem weiteren Top 5 Video heute mit unseren 5 Empfehlungen für den Libero. Welche Modelle für 2021, 2022 mit dabei sind, das erfahrt ihr gleich. Die Aufgabe des Liberos ist es, den Ball in der Luft zu halten. Das heißt, hier sind spektakuläre Abwehraktionen auf jeden Fall gegeben. Und der Libero braucht deswegen natürlich einen Volleyballschuh, der blitzschnelle Reaktionen zulassen kann und auch ein angenehmes Laufgefühl für das Erlaufen des Balles gegeben ist. Diese Modelle, die eignen sich für den Libero. Schauen wir uns zuerst die Schuhe von Mitsuo an. Hier haben wir den Wave Luminos II, ein Newcomer für die neue Saison 2021-2022. Hier mit einem wahnsinnig angenehmen Laufgefühl, was vor allem auch die Außensohle betrifft. Das heißt, wir haben hier fast schon wie in einem Laufstuhl hier ein sehr angenehmes Laufgefühl. Man kann vorne schnell antreten. Wer doch mal als Libero im Training gerne springt, hat hier mit der MISUMO Energy Technologie auch noch eine sehr gute Dämpfung. Für alle Liberos, die vielleicht nicht ganz so viel springen im Training und sich wirklich hier auf eine blitzschnelle Reaktion fokussieren, denen können wir auch den Wave Mirage IV nahelegen. Das ist ein Modell, das eigentlich aus dem Handball kommt, hat eine nicht ganz so stark ausgeprägte Dämpfung, ist aber dafür, dass hier vorne im Vorfußbereich extrem flexibel ist. Das heißt, ihr seid hier sehr nah am Boden und könnt hier wirklich sehr, sehr schnell antreten. Von Essex haben wir hier den Netburner FF2. Auch hier schon ähnlich wie beim Luminos ein sehr angenehmes Laufgefühl, passt schon wie in einem Laufschuh. Auch das liegt an dieser ausgeprägten Sohlenkonstruktion, die auch vorne schnelle Antritte zulässt. Auch dieses Modell aber auch noch mit einer guten Dämpfung der Flightform-Technologie ausgestattet. Von Adidas haben wir hier noch zwei Modelle für euch verraten. Zum einen den Crazy Flight, das ist ein wirklich Allrounder, der auf allen Positionen gut gespielt werden kann. So auch auf der Libero-Position. Dieses Modell hat auch hier vorne einen sehr nahen Wundkontakt. Das heißt, ihr könnt auch hier wahnsinnig schnell antreten, habt eine schnelle Reaktion. Dieses Modell ist aber auch mit der Boost-Technologie auch noch gut gedämpft, falls ihr im Training dann doch auch gerne mal vorne am Netz angreifen solltet. Außerdem von Adidas, wer hier wieder auf nahen Wundkontakt legen möchte, mit einer nicht ganz so stark ausgeprägten Dämpfung, haben wir auch hier ein Handballmodell für euch rausgesucht, und zwar den Adizero FastCord. Dieses Modell ist auch vorne hier wirklich wieder sehr flexibel. Bittet euch hier auch die Möglichkeit, einen guten Antritt zu haben. Das ist unsere Auswahl für die Libero-Schuhe 2021-2022. Unser Favorit hier von Essex, der Netburner FF in der zweiten Generation. Auch ein Schuh, den jetzt National-Libera in der Europameisterschaft gespielt hat. Dieses Modell bietet euch einfach einen wahnsinnig schnellen Antritt, schnelle Reaktionszeiten und hat zudem auch noch eine gute Dämpfung. Was ist denn euer Favorit? Schreibt uns den gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über eure Meinung. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.